So. Das sieht mir hier so ein bisschen zu offen aus. Naja, ich glaube auch, dass da oben gleich Gegner... Oh, da. Ja. Ähm... Da. Und unten auch. Alter, wie da diese Dinger? Ich sterbe nie? Ich weiß nicht, auf was wir da schießen sollen. Ich glaube, ob die andere ist, Blut. Hinter mir war was. Ach du Scheiße. Einfach mal Leerzeit zu drücken und treten. So. Okay. Ich bin jetzt auch schon voll. Anscheinend. Boah! Alter. Aber wie ist das so ein ekliger Mischmasch aus den Leuten? Die haben so Hentai-Tentakel aus denen rauskommen. Naja. Ey, was ist da? Markton-Killitis. Oh! Später. Alle Züge von Später. Weg! Weg hier! Ola! Dreckigen Scheiß-Fiecher. Mhm. So. Alle wegmachen hier. Immer schön heilen, ne? Oh! Ehrlich. Ah ja, was? Was? Oh, ich hab... Ja, gut. Geil. So, hier müssen wir aufs Klo, oder was? Anscheinend. Ist das... Ist das ne Toilette? Ne, schon wieder ein Fahrstuhl. Alter. Da, viele Fahrstühle. Ja, irgendwie schon. LTS, be there on time. ADS. Wer hat ADS? Wachenlord. Ne, der hat so ein Legenass 10, Nigga. ADS hat der aber auch. Wir können einen der Ersatz-Züge reparieren. Verdammtes ADS. Oh. Was ist das hier? Ziele und drücke B, um Chinese aktivierte Objekte zu greifen. Mhm. Bestimmt hier das, ne? Ja, dieses blaue Ding da. Oh! Ich hab die Macht! Junge, ich catch dich ein, geh doch weg! Ich hätt gern gewusst, ob ich dann sterbe. Ja, und dann sind wir wieder von vorne machen. Oh, das dreht sich. Also, Chinese haben wir anscheinend unendlich so, wie es für mich aussieht. Ja. Aber was sollen wir damit jetzt anfangen, nachdem wir es gedreht haben? Nochmal bewegt. Tutututututu. Aber jetzt sind wir doch da genauso, wie wir am Anfang waren. Nee. Nee? Hier. Na, jetzt? Wir sehen hier. Gibt's nicht davon. Schiff ich mal weg, ja. Schnell, er will. Ja, aber das Signal ist doch auf Wurz. So, den schließen wir jetzt an dem hier an. Siehst du? Ach so. Ja, so klug wäre ich gar nicht gewesen. Das sind alles die Dead Space 1 Erfahrung, die ich noch habe. Tschüss. Ja, du, wir sind auf den anderen Seiten, ne? Das ist jetzt gerade auch nicht so geil. Wo muss der denn hin? Oh, ich muss da durch. Ähm. Ah, okay. Richtiger Droll, ne? Steht Medipack eh nehmen und dann sagt der danach erst einmal, wenn du einen Tafel. Richtiger Troll. Dürfen wir jetzt fahren. Dabei wird doch nicht gedrollt. Und gedrollt wird nicht. Wer trollt fliegt. Können Sie mir was über ehrliches Verschwinden sagen? Super. Und Sie zuletzt gesehen. Wie stehen die Chancen, dass Sie noch leben? Das war noch wirklich hier Urstand zu. Klub zu geheimen, Kordi. Aber... Ich kann mir vorstellen, dass Sie noch am Leben sind. Dieses LTS hat anscheinend das komplette Gegenteil von der deutschen Bahn, wie der on time. Ja, aber hallo. Aber müsstest es nicht eigentlich in time heißen? Ich habe keine Ahnung. Sind Sie der Gegner? Ja. Ist ja aber keiner. Oh! Oh! Da explodiert und wird geschossen irgendwie. Allemann kann sich drehen. Wie machst du das? Ich drücke SCAG beim Zielen. Beim Zielen. Keine Ahnung. Kann man da runterfallen? Nein, ne? Oh, hoppala. Die Straße aktiviert. Ich sehe die Gegner gar nicht. Sind das diese fliegenden Teile? Wir können hier hoch. Oh. Da sind sie. Oh, oh, oh. Der eine ist weg. Ich habe auf den unteren geschossen. Perfekt. Das ist Teamwork, Leute. Mhm. So nicht anders. Anders wohl. Kopfnusskali. Oh! Ich habe irgendwie Angst, dass das auf uns runterfliegt. Meinst du? Na komm, wir können hier doch in Sicherheit. Komm, da hat ein Gegner. Okay. Und runter. So. Nachladen. Okay. Und ready to fly. Sieht alles gut aus, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen erst perfekt. Ja. Da kommt noch mehr. Jetzt sind wir ja mitten unter dem Ding. Ach, das Scheiß. Das Ding soll doch nicht tun. Ey, hier liegt der Wachung. Minipack. Ah, sollen wir da weinen? Nein, das kann doch nicht. Oder? Ich kann nicht rennen. Oh, der spricht von selber einfach. Hä, wie bist du denn jetzt da hochgekommen? Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ich war doch 10 Meter in Fähigkeit. Oh, ich muss was drücken. Oh, oh, oh. Quicktime. Ich hatte gerade meine Hand an meiner Karotte. Ich liebe Spiele, die einen nicht vorwahren, dass Quicktime-Events kommen. Dankeschön. Was hätten die gemacht, hätte ich jetzt meinen Player irgendwo hingetan. Beschwerde geht raus. Anzeige ist raus. Am Montag gibt es erstmal die fette Digga. Anzeige. Oh, ja. Hä. Ich finde das so geil, wie die Nettigkeit hier überhand nimmt. Die lassen einem auch nicht mal eine Minute für Schnaufpause hier. Was? Drücke für Details. Nö, drücke ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Was haben wir da putzen mit? Weepack. Weepack. Wir sind doch eh wieder voll. Strata-Benachrichtigungssystem. Oh, nee. Orangensaft. Nice. Boah, jetzt ist der Orangensaft? Ist der Low Carb? Ja, klar. Sehr gut. Steht da sogar Saft drauf? Nee. Ups. Hä? Wie dukt man sich denn nochmal? Macht Blitz. Macht Blitz. Was? Die Hanktick in Deathplace 1 konnte man die sogar noch wegschleudern dabei. 100 prozent orange juice ist das ja also bei uns gibt es sowas nicht doch das ging ach so geil ok ich glaube wir sollten weitergehen meinte der sinnvoll ja wo ist hier die transgen der dusche ich fühle mich jetzt du gehst rechts reinig links ich glaube das sollen wir gar nicht hier geht es weiter ja also verriegelt das heißt wir kommen hier bestimmt auch mal hin wenn hier sachen verriegelt sind das denke ich auch jetzt wir hier rein ja aber nein links doch auch lang oder nicht ne auch alles verriegelt ok ok hier richtig ja das ist das langer gang ja sehe ich auch was haben wir hier oh oh ich habe eine cutscene eingeleitet irgendwie ich glaube ich bin einfach richtig gegangen ohne es zu wissen das ist jetzt noch mal ein bisschen von star trek geklaut glaub ich star trek was ist die drachenschanze die drachenschanze der zukunft wenn sich rein erlöscht setzt er sich irgendwann im weltall ab ja drachenlord 3024 50 regieren h in k ich glaube wir sind gefickt Es gibt bestimmt ein sattes Quick-Time-Event. Wir müssen... Hä? Hä? Ja, okay, ich helfe dir, Bruder. Kann ich mich... Oh, los! Rennen! Schnell! Ist alles im Weg! Ah! Ich glaub, ich hab grad ein bisschen weggefetzt. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich weiß es nicht! Ähm... Ähm... Okay, rennen! Da passiert doch gleich wieder was. Ja, aber das Blasen stürzt ein. Oh! Stehst du immer am Weg? Ich kann mich nicht für wenig machen! Schnell! Schnell! Guck mal, da ist irgendwas rotes drin. Ach, das ist eine Lampe. Toll! Da ist irgendwas rotes drin. Warum passiert eigentlich immer mir das? Ja, das ist auch die große Frage. Ich hab den Anzug sogar schon angehabt. Geil! Nein! Ja, sogar den Helm hab ich schon. Ah du, du verkackst es einfach! Du hast den einfach doch nicht! Oh! Alles safe! Okay! Wir fliegen! Gut! Oh, wir haben Zeit, einen Countdown auf uns zu rücken! Was? Oh! Oh! LB-Boost! Wow! Das ist der Turbo! Wie lange haben wir den Turbo? Anscheinend die ganze Zeit oder so. Ähm... Hä? Wo geht's hin? Hier drauf, hier drauf! Ja, was ist denn drauf? Nee! Ach so! Hä? Wir können doch das runterziehen! Ich glaub... Ja? Welche Taste war das denn jetzt nochmal schon wieder? Ah, hier oben! Moment! Warum kann ich nicht? Ah! Ja! Ich hab's geschafft! Geh auf! Oh! Irgendwas geht irgendwie immer schief! Ja, aber immer gegen dir! Ja, okay! Entschuldigung! Lösch dich bitte! Nee! Da würde ich den Hatern ja ihren Spaß lassen damit! Oh! Wir müssen ausweichen! Scheiße! Scheiße! Ah, mir kann sie sogar abschießen! Echt? Ja! Oh! Ähm... Bin ich tot? Ja! 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 Ah ja! Schießen! Ich kann's nicht mal langkommen! Steuer sie in meine Richtung! Ich kann sie fast derart! Aber bestimmt kann man nur diese Minen abschießen! Oh! Schau dich! Was machst du denn? Nein! Das ist einfach immer dasselbe scheiße Teil, an dem ich hängen bleibe! So, jetzt aber! Jetzt haben wir jetzt aber hier drauf geachtet! Ich kann sie fast erreichen! Oh! Minen! 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 So, hier habe ich verkackt, glaube ich! Oh! 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 Minen kaputt machen! Weil die bewegen sich halt alle scheiße! Ähm! Wie sollen wir da jetzt mal weit? Oben links! Oben links! Oh oh! 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 Oh 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 oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Das war's. Okay, wo müssen wir hin? Toll, das wird mir nicht angezeigt. Ich muss sagen, einfach geradeaus. Ja, guck mal, hier da unten ist so ein gelbes. Da, guck mal, 150 Meter. Hä, wo? Ja, irgendwie wird bei mir 150 Meter angezeigt. Hä, helfe, überlegen wir im Inventar. Ah, jetzt unten rechts? Ne, da hinten ist ein blauer Punkt. Ja, den meine ich auch. Ja, wo muss ich hin? Ach, schläg einfach mal. Was ist eigentlich, wenn man jetzt wegfliegt? Irgendwo woanders hin? Ich denke mal dann. Ja. Schlecht. Ja, was ist das denn? Ich komme. Oh, die sehe im Weltraum. Guck mal, alt. Ach so. Ah, wieder. Ach so. Mit dem Dings. Ich glaube, ist Luft drin gewesen, oder? Sowieso weiß ich. Starten und Landen. Oh. Halte Chinesi. Ja, mit was war denn nochmal Chinesi? Bei mir ist es Fee halt. Ich weiß nicht, was da auf der Tastatur ist. Keine Ahnung. Nein. Wie da ist, als wäre ich seit lange in der Herstieg. Oh. Ich versuche die Frachtbluten zu... Heil dich mal lieber. Du hast nur drei Ball. Ich weiß nicht, wie ich mich heile. Immer noch nicht. All is lost. Wo haben wir denn hier? Hey, wie ist meine Muni nicht leer? Werra Standardrahmen. Stg ist was anderes. Werra Standardrahmen? Ha? Okay. Ich gehe halt mal wieder irgendwo hin, ne? Ja, ja, mach mal. Was haben wir hier? Noch mehr Chinesi. Ach guck mal, mit F. Wie lass ich es los doch so? Ja, warum kann ich das nicht bewegen? Den müssen wir jetzt direkt mit E machen? Ja, was passiert denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hey, du öffnest da hinten irgendwas? Ja. Irgendwie, irgendwas. Ist doch gut. Oh, da sind Leute. Wieder zu machen. Ich kann wieder gehören von uns. Zu machen geht nicht. Äh. Was? Jetzt zu machen? Nö. Wieder raus. Wie lassen wir die denn rein? Irgendwie wird es schon gehen. Ich nehme mal so eine Kiste mit. Warte auf Partner. Ich bin da. Ja, das finde ich gut. Ah. Ja, okay. Ja, machen wir das nun halt so. Wir müssen hier lang. Und da hinten. Mhm, mhm. Ne, da können wir nicht hin. Okay. Das ist doch sehr gut, wenn man an Tab die Missionsbeschreibung liest. Einfach mein Charakter die Schulter verbrennt. Äh. Macht heute den ganzen halben Text weg. Oh. Herr Tesla-Kern, wieso kann ich das nicht alles aufnehmen? Kann ich irgendwelche Sachen aus dem Inventar werfen? Also ich, äh, vielleicht kann nur ich diese Dinge da aufheben. Oder, keine Ahnung. Ach, ne. Man muss Sachen aus dem Inventar werfen. Oh. Hast du den Dings mitgenommen? Den Standard-Tram? Nö. Dann geh wieder zurück. Am besten hol den. Würde ich mal sagen. Ich kann doch jetzt nicht mehr zurück, oder? Doch bestimmt. Ach. Und da fühl mich jetzt dein Midi-Pack da mitgenommen. Ja, ja. Ja, ich bin noch da, Scheißspiel. Äh. Hier war der irgendwo da nicht. Ich weiß nicht. Meiner war hier oben irgendwie. Hä, ist der weg? Hier ist Munition bei mir. Der war hier auf der Treppe. Komisch. Ist der wirklich despawned? Der ist despawned. Komisch, komisch. Naja, wir brauchen den ja nicht, ne, würde ich sagen. Ich denk mal, je nachdem wie das da aussieht. Zum Schweißen von Starkstrom für zweihändige Waffen. Ich schätze mal, dass irgendwie für Waffen-Upgrades was. Ja, ja, die brauchen wir nicht. Wir sind ja so. Wir haben so ein Skill. Wir sind mit den Standard-Waffen gut genug. Dann hätten wir aber auch auf Hardcore spielen können. Ja, nein. Ja, ja. Upgrade Platine. Plus 1 ist Nachladen. Ja, ich hab sie jetzt auch genommen. Oder wir teilen uns diese Sachen. Achso, ne. Ich hab die auch. Okay. Was haben wir denn hier? Ach komm, Rätsel, Mann. Da geht's ja mit Chineser einsetzen und öffnen. Hä? Oh. Hast du mir grad was aus der Hand genommen oder was? Achso, einsetzen. Ich hab die einfach auf den Boden fallen lassen. Ich dachte, das wird gereicht. Eine Waffe herstellen. Was? Konstruktionsbank. Oh, okay. Bestätigen. Kessler Kern. Standardrahmen. Platine. Mhm, mhm, mhm. Willkommen bei der Bank. Benutze das Menü Waffen herstellen, um neue Waffen zu bauen oder dein vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du hier Zugriff auf die Waffenteile. Und wie kann ich die Rest feindeln? Sieht mal aus. Pläne. Aha. Achso, Pläne. Great, okay. Great. Ah, okay. Jede Waffe hat ein oberes Tool. Kombiniere Tools und Spitzen, um die Art des Beschusses zu modifizieren. Die meisten Waffen haben Platz für ein unteres Tool. Ziele und drücke RB, um untere Tools abzufeuern. Aha, um verschiedene Kategorien von Waffenteilen auszuwählen. Gut. Pläne. Achso, ich verstehe. Einfache Strahlenkanone. Maus teilen eine neue Waffe. Ja, schade. Hätten wir den Rahmen gehabt, dann hätten wir eine neue Waffe bauen können. Neue Waffe herstellen. Da fehlt uns der Rahmen für. Tesla Kern. Ne, ich hab den ja. Ja, ne, den Tesla Kern habe ich auch. Den Rahmen auch. Hä? Ja. Ich hab den, echt? Keine Ahnung, ich verwende jetzt einfach meine Upgrades für die alten Waffen. Hä, aber, hä? Klar nicht. Ah, ne, B fertig. Ich hab jetzt ne neue Waffe. Oh, ich hab jetzt ne bessere Waffe. Ist das richtig gemacht? Die neue Waffe wurde in deinem Safe abgelegt. Wo ist der Safe? Ah, ich verstehe. Da. Okay, ich hab jetzt ne Waffe einfach verbessert. Ah, hier können wir auch Sachen reintun. Ja, aber was machen wir damit? Wir müssen die ja dabei haben. Wir kommen ja nicht mehr zurück. Ich denke mal, es wird überall diese Saves geben. Tu schon mal was raus hier. So viel Heal brauchen wir bestimmt auch nicht. Ach, keine Ahnung, ich mach hier grad einfach irgendwas, ne? Objekte herstellen. Munition, Medipack, Medipack. Was? Torquill Stange aus Wolfram. Okay, Staselpack. Ich tu mal lieber ein paar Medipacks weg, weil ich verkauf die mal einfach, ne? Boah, meine Waffe sieht fett aus. Irgendwie, ich glaube es ist sinnvoller Munition, als mir wiederherstungs hier mit Dings zu haben. Oh shit, guck dir meine Waffe an. Ja, siehst du so einen Bogen. Hier, am Brust. Die pritzelt ein bisschen. So, durch die Tür. Ja. Ja? Obwohl hier oben geht es noch lang, vielleicht sind hier ja Waffenteile. Naja. Ich guck mal nach. Nicht, dass wir irgendwas Wichtiges verpassen oder so. Ja. Boxen? Boxen? Ja. Ich frage mich halt nur, wie lange können wir auf diesen Schiffs der Seite gehen? Halbmetall. Das müsste abstürz. Ja, ich habe auf meiner Seite hier gar nichts gefunden. Hier waren zwei Sachen bei mir. Irgendwie Metall Zeug, keine Ahnung. Ich muss eben auch da hinkommen, dann habe ich das vermeintlich auch. Weil sowieso ausgeteilen diese hier direkt auf die Items. So. Ja, da du jetzt die beste Waffe hast, glaube ich einfach mal, musst du ja immer vorgehen. Das weißt du, ne? Alles klar. Ich habe 17 Schuss mit der. Ja, das ist doch gut. Hä, war die Tür doch schon offen. Ne, ich muss die nochmal aufmachen. Ah. Okay. Wollts. Dann gucken wir mal. Ah, es ist schön hier. Schön, oh. Schöne Farben. Tatsächlich, die Tür geht zu. So. Was ist das hier? Hä? Warten auf Partner? Ja, ich bin da. Ich bin da. Oh Gott, da hat sich was bewegt. Oh Gott, da hat sich was bewegt. Oh. Oh. Ah ja. Sieht ja aus wie du. Oh, danke. Bitte. Bitte. Ich bin da.